Liebe AIDA-Fans, am 30. Juni taufe ich die wunderschöne neue AIDA Perla. Ja, und Sie können dabei sein bei unserer Taufreise vom 24. Juni bis zum 1. Juli. Wir verlosen nämlich eine Kabine für zwei Personen zur tollen Taufreise. Also machen Sie mit und wir sehen uns dann auch an Bord. Also viel Glück und bis dahin. Tschüss!